So, komm zurück zur Outerworlds, dem Spiel, was irgendwie weirded turns up, wir reden immer noch mit Sydney Moyano, die anscheinend einen kleinen, warte, ich hab mir das aufgeschrieben, das ist ein Iridanium Gigasius, glaube ich zumindest, wenn es der gleiche Wurm ist, anscheinend ein Parasit, der auch menschliche Würstel betreten kann, wahrscheinlich auch andere Viecher, oder? Das ist der Grund für alles, das ist ein bisschen eklig, aber es scheint ganz gut, das zu kontrollieren, ich frag mich halt, ob das Vieh seine Würde halt, ob das Vieh immer weiter wächst, also so einen kompletten Lebenszyklus hat, oder ob es damit zufrieden ist, seine Würde zu kontrollieren, sobald es die hat, also ob das Vieh, was unseren guten Evin O'Connell getötet hat, eine Ausnahme war. Naja, wo ich grad sich so grinsen sehe, wollte ich eigentlich noch was zum Weiztanz erklären, für mich ist das immer noch ein Lied von Subfit to Sally, aber anscheinend ist das auch tatsächlich ein Krankheitsbild, und zwar ist das denn, wenn die Leute nicht mehr so ihren, ihre Muskeln, die spaßen dann so rum, wir können das nicht wirklich kontrollieren, und das führt auch zu diesen, zu diesen Lächeln, zu diesem, was sie da hat, naja, jetzt grad nicht, aber mit den Zehnzeichen, dieses komplett Verzerrte, so wie so eine Grimasse, das, ähm, ich glaub im Englischen ist es Rictus Grin, das, äh, Das ist, äh, wird das so betrieben, naja, auf jeden Fall, das, ähm, nun, schön, okay, äh, heißt den Helm, war hier bevor sie starb, hast du sie gesehen? No, I'm sorry, the only celebrity who shopped recently is Black Hole Birdie, quite the affable man, as it so happens. Ein umgängiger Mann. And the stories are wrong, he could probably lift two benches of Tossballplayers at once, not just one. Laws, not just affable, but virile too. Oh, wait a minute, now that his bow's dead, that means Birdie's dead. Single, maybe I'll strike up a little more than Conversation the next time he comes by. Ah ja, okay, also sie meinte, er ist wesentlich stärker, als er mal behauptet wird, was ganz interessant ist eigentlich. Ähm, scheint mir ein wenig früh, ja, ich bin sicher, dass er nicht von Trauer bewältigt ist. Bist du vollkommen soziopathisch? Sadness is a big old waste of time. Besonders, the sooner I start courting him, the sooner we can both be happy. Ah ja, Trauer aus einer Selbstverständung, hat sie gesagt. Warte mal, kann ich die ganzen Sialogen nochmal erschöpfen? No, I'm sorry, the only select and the store... Hast du, äh, hast du sie, ne, okay, das, äh, ich kann nicht nochmal fragen, na gut. Achso, ihr Angebot. Sie verkauft wahrscheinlich irgendwelches Zeug. Irgendwas davon, was mir Hacking grün bringt. Kuppertribute, 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 ich könnte Halbwollmilch kaufen. Ja, ich glaube, wir laufen gut, wenn ich einfach weiter loote, oder? Glacierwater, das habe ich ja schon, ist relativ teuer übrigens, ne? Our alcohol stocks are larger than ever. And a good thing too, because I just can't seem to stop myself from getting into them. Our products are just that good. Oh, warte mal, Moment. Das zeichnet mich darüber, dass sie, dass sie besessen ist? Ah, warte mal, es hieß, dass die, dass, dass, sie kann nicht aufhören, Alkohol zu trinken? Sie kann nicht aufhören, Alkohol zu trinken? Das ist aber interessant, oder? Weil, das, das war doch, das, das war doch das Problem von Our Sidney auch, der war doch viel zu betrunken, oder? Ein Kremt ja gut, Langwaffen, okay. Das macht mich zu Pistolero, oder was? Na gut. Das ist natürlich hochinteressant, ne? Okay, wir kommen wahrscheinlich nicht hoch. Ich habe leider auch keinen Supersprung, aber wir können ja immer mal einbrechen hier. Ich fixe halt nochmal. Mal gucken, was das bringt. Also ich könnte es auch hacken, oder? Na ja, das ist das Gleiche. Kann ich mich an sie ranschleichen und das Ding entfernen? Bringt das irgendwas? Sie merkt gar nichts, ne? Ich kann ihre Kasse leer räumen. Hilft mir leider überhaupt nicht weiter, ne? Ich hätte auch einfach über den Tresen rüber springen können. Und kann ich die Tür ja nicht öffnen. Kann ich sie nochmal ausrauben? Wat? Sie kriegt gar nichts mit, ne? Okay, sie hat auch nichts bei. Okay, gut. Äh. Ich frage mich, ob wir noch mehr Menschen hier finden, und ob die alle auch so einen Wurm im Kopf drin haben. Ist das natürlich die gleiche? Nee, es gibt hier ein Hinterzimmer, ne? Wahrscheinlich finden wir Oliberti direkt dahinter, aber ich habe leider nichts mehr. Aber ich habe nicht genug Zeug, um das zu machen. Naja, wir kriegen ja mit dem Brainslugs bestimmt noch raus. Vielleicht könnte ich mich auf meine Seite halten, wenn eure Leute meine Operation nicht sabotagen würden. Äh. Du bist Hathaway? Okay, gut. Clyde Eaton. Okay, die haben aber abwedekeinen Brainslug drin. Das ist schon mal viel wert. Was ist denn das hier? Überbruchskontakte? Die hören jetzt mir. Wir reden gleich mit den Leuten, aber erst müssen wir hier mal gucken, ob wir noch was Schönes finden. Okay, also den Wurm an der Seite findet ihr. Vielleicht können wir uns hier schon richtig drauf anfangen. So, wir sind hier Clyde Eaton. und er sieht ein bisschen aus wie Fantastic. Achso, er hat sich gerade auch schwer, dass irgendwie sein Zeug nicht vorankommt. Okay, dann redet man. Also die beiden streiten sich darüber, dass er irgendwie die Gärten sabotiert und sogar die Kaffeemaschine kaputt gemacht hat. und sie und er und beide halten mich, um wie für ihn sollten, oder so andere. Was denn? Die Typ mit dem Wurm trinken viel Alkohol. Das erste Symptom ist? Hey, ich stecke hier niemanden in der Tasche, aber es kann sich noch ändern. Ich stecke hier niemanden in der Tasche, aber es kann sich noch ändern. Ich bin nur hier, um meinen Mord voraufzuklären. Eure Geschäfte geben mich nicht nach. Also stimmt schon, das Ding in meiner Nähe überraschend oft zum Bruch gehen auf. Und da Sabotage weiß ich nix. Haha. Ich verstehe. Just ein Visitor, dann. Congratulations, Hathaway. Nicht alle haben sich abandone Ihre Orchards. Well, shame that you're trying to change that. Anyway, sorry for the heated reception, Stranger. There's just been some... Trouble hier, of late. Name's overseeing Orchardist Hathaway, and I'm in charge of these Orchards. Though it seems like certain groups, which will remain unnamed, are trying to change that. Looks like I'm stuck playing the part of a customer service rep. I guess it's different from the usual, at least. Uh, something I can do for you. Yeah. Just another woe to add to the pile. Well, in the past, the Orchards subcontracted security work from Slug. You know, keep the malcontents on staff from causing too much trouble. But between the Spectrum Brown unveiling, demanding all of our resources, and the recent uptick in worker accidents, we just ain't got the budget for security. And, of course, Slug has decided that instead of being reasonable, they're just gonna sabotage our operations until we start paying them again. Look at the poor Rizzo's manager, lying about Sublight to make himself feel better. Jamie skipped where Rizzo's was short on our payments, months before the new unveiling. Look, at the end of the day, it's obvious that Slug is sabotaging us. I ain't paying until they come clean. Also, Personal springt von der Kante? Das ist ja interessant. Vielleicht Teil hält deswegen dieser eine, dieser eine, worum die Leute so unfassbar glücklich, weil das Risiko recht real ist. Das ist eine Überreaktion. Ah, diese Parasiten-Geschichte, ne? Das ist ein Vormann. Also, er hat auf jeden Fall gesagt, dass die Wachmänner irgendwie ein bisschen wenig sind, weil es gibt irgendwie Stress. Und diese große Enthüllung braucht natürlich die ganzen Mittel und alles ist ganz doll schlimm. und deswegen haben sie jetzt irgendwie weniger Wachen als sonst und es ist halt irgendwie, es gibt da große Probleme. Aber, was da auch gesagt hat, ist, dass sie schon vor Monaten die Zahlung ziemlich rückgängig haben. Also, ich würde mal sagen, die sind gerade in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Interessant übrigens, was mir jetzt ein bisschen sehr spiel auffällt ist, dass die Leute haben ja, also, wir haben jetzt wieder zwei Leute getroffen, die so eine komische, so einen komischen Gehirnwurm drin haben oder vielleicht auch eine Schnecke und Sublight Underground heißt ja Slug abgekürzt. Witzig, oder? Na, egal. Äh, von was für Sabotage-Akten reden wir denn? Oh, you know, nothing particularly troublesome. Just rogue exterminator mechanicals, opening fire on anything that twitches within 300 yards of them. We've also got a large group of new saplings, all dead from some kind of toxic substance. Poison, I'd guess. And who could forget the tower processing console, which probably just shorted out and stopped working on its own, even though it's outfitted with three separate backup systems? There are a suite of explanations for what could have happened. Most pointing to Rizzo's worker incompetence. My people didn't sabotage anything. Also, er meint, Oh, that's a fucking fool. Even blundered into a Waspquito hive. Super. Im Deutschen heißen sie Vespücken. Wird ja auch richtig interessant hier. Ja, auf jeden Fall. Sie nehmen so viele Idioten und lassen Sachen aufeinander fallen. Und aber die meinten, der Typ, der an dem Vespüco gestorben ist, hat aber noch gelächelt, als er gestorben ist. Also er war glücklich dabei. Also doch nicht deprimiert. Soviel dazu. Sie springen übrigens nicht vom Rand, so wie es aussieht. Tja, das ist natürlich mysteriös, ne? Brainworms. Ja, das, das... Da würde ich bestimmt rausfinden, was hier los ist. Dank der Wahl. Ein paar gute Nachrichten. Hörst du das? Lappdog? Die Wahrheit kommt. Besser fesseln, während du noch nicht kannst, außerhalb eines Interrogationsräums. Während ich sicherlich, dass du ein Schafgott haben möchtest, auf welchem du deine eigene Inkompetenz haben kannst, ich schaue, dass du dich entschuldigt werden. Aber was weiß ich nicht? Ich glaube, es geht um deine neue Hiree. Hey, hey, Hiree? Versuch die Toten, das Ding hat die Kamerjäger. Ja, aber warte mal, ich hab noch andere Fragen. Ich glaube, es ist mehr ein Wunder, dass... Wie geht die Investigation? Nein, ich hab keinen Abschluss vorbereitet. Äh, ich hab noch daran. Well, at the moment... So, I suppose... Really now? I consider myself more... Is there something else? Ja, warte mal, ich hab... Er ist erst... Er denkt von sich selber lieber als Wachmüter, als... Ah, gut, egal. Ähm, ich kann noch mal Hinweisen fragen. Eigentlich wollte ich jetzt mal die Hals- und Hell-Geschichte fragen, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich doch die Subquest erst mal machen. Äh, wegen der Baumschule. Got a lot of dead saplings, that'll cost us a lot of bits. I got a feeling, someone poisoned them somehow. Hm, tja, mir... Kamerjäger einholt? The Mechanicals were hacked. They're pretty much running a muck. If you could keep from destroying too many, I'd be obliged. Would save us a lot. Okay, ich kann die Diener. Äh, also wir versuchen so viele Kamerjäger-Roboter wie möglich zu verschonen, aber wir sollen aufpassen, weil die Kamerjäger-Roboter sind eigentlich darauf programmiert, Vesp-Kitos zu töten und die sind normalerweise tougher als Menschen. Geil! Äh, fahren wir ins Kontrollraum? The Tower-Processing-Console is completely fried. Whoever took it out, must have some kind of explosive. Ja, super. I'm sorry you had to come in on such a brusque conversation. Not everyone appreciates the work Slug does on Eridanos. Uh-huh. Especially not folk that Slug is trying to extort. Alright, it seems I need to say it yet again. We're not stomping upon your purpleberries or knocking your workers off the planetoid. All we want is for you to pay your dues. And I want you to stop setting our exterminator Mechanicals loose and breaking our machinery. This is how the conversation is gone for the last hour and a half. As you can see, it hasn't been terribly productive. Well, he's being difficult, as you've no doubt seen. All I'm here to do is enforcing an agreed upon business relationship. But our friend here is disinclined to settle. Don't tell me to settle. How do you settle? Well, yes, I'll be sure to do that. I know what you must be thinking. But no, I'm not here to atomize his kneecaps. I just want Slug to get what we're owed. Atomize his kneecaps? Ja, also, er möchte eigentlich nur sicherstellen, dass die vereinbarten Geschäftsbedingungen eingehalten werden. Und dass, äh, sie können sich nicht so wirklich erinnigen. Gut, da stecken was wahrzunehmen. Das ist eine super Frage jetzt hier. Ich möchte einfach nur bezahlt werden und die Produktivität des Kunden zu stören, ist nicht gut fürs Geschäft, wer hätte es gedacht. Klingt ein bisschen wie ein Erpresser. Do I? Hmm. Didn't realize that expecting my company to be paid for its work was extortion. You should try telling that to the board. Regardless, Slug's Protection Service has ensured that Rizzo's has had zero problems with its shipments at the docks. And all for a reasonable price. We haven't been hostile when their payments came up short, either. In fact, Rizzo's is more of a danger to the orchards than us, considering all the workplace injuries. Hmm. Also sie sind eine jeringere Gefahr als Rizzo's selber. Naja, gut. Offiziell ist es eine offiziell Vereinbarung mit Rizzo's. Much as we love giving the bureaucrats 29% of our profits, technically not. Official contracts have some rather obscene fees and documentation. Instead, our companies opted for a non-official managers agreement. I'm just here to make certain our friend over there pays on time. Das ist richtig lächerlich. Also er meint gerade, 29% ihres Profits gehen im Bürokraten. Und das ist aber leider ein bisschen teuer. Und dessen haben sie keinen offiziellen Vertrag, weil sie haben lieber einen Manager über Einkunft getroffen. Weil das, naja, das ist halt billiger. Und jetzt muss er das halt so ein bisschen entforcen. Vielleicht könnte ich seine Schulden zahlen. Wie viel ist es denn? Das ist... Du bist weirr. Generous, aber weirr. Wie viel ist es denn? Das Sentiment ist nett. Aber Rizzo's nicht nur Geld bezahlt. Sie sind auch literisch unsere Mehl-Tickets. Obwohl du auch eine Orchard haben möchtest, glaube ich, dass du diesen Mann nicht ausbezahlen kannst. Weil sie bezahlen nicht nur ein Geld, sondern tatsächlich auch ein Essen. Was wieder mit der Hauptsache zusammenhängt, dass es hier irgendwie ein Halschirn und seltsamerweise echt wenig Essen gibt, weil hier eigentlich nicht so richtig wächst. Ja. Ich glaube, wir haben genug über diesen Inbecile gesprochen. Was kann Slug für dich tun? Ich würde gerne diese Würmer ansprechen, aber das kann ich wirklich. Halschirn und Helen. Naja, also Stars wie Helen erzeugen immer wieder eine große Reaktion von Leuten. Er war in letzter Zeit nicht viel hier und der VK meinte noch, dass ihre Ablenkung total notwendig war, weil das Leben in Halschirn sehr unzulänglich ist. Ich war noch mal. Du bist willkommen. Ich habe keine Geheimnisse. Nicht? Jeder hat geheimnisse. Kannst du mir was überlegen? Machst du irgendwas anderes als sicherzustellen? Das Taxigeschösser? Ja, stimmt. Was ist eigentlich seine Aufgabe? Natürlich. Wenn ich nicht auf einem Job bin, werden sie mich in die Slug-Mess-Halle. Also wenn er nicht gerade Schulden eintreibt, steht er in der Küche und kocht. Obstgärten? Oh, da sagt der Obergärtner nichts zu. Naja, gut. Okay, gut. Das war so das. Ich dachte gerade, sie schwankt so ein bisschen hin und her, aber... Das macht mir ja schon fertig, dieser Scheiß-Wurm. Naja, gut. Wir erkunden das mal, aber alles in der nächsten Episode, wenn es da wieder heißt. Out of Worlds. Bis dahin. Ciao. Ciao. indoors.